Als erstklassige Kombination aus handlichem Gabelhubwagen und elektrischem Hebemodul präsentiert sich der SHW Primus 10e mit seiner großen Tragfähigkeit von 1200 kg. Sie können Ihre Waren auf Knopfdruck feindosiert und kraftvoll bis 800 mm elektrisch anheben und exakt auf Ihre gewünschte Einsatzhöhe wieder elektrisch absenken. Für sicheres Anheben der Last sorgt ein leistungsstarker 1100 Watt Motor mit rekordverdächtiger Hubgeschwindigkeit. Beispielsweise kommen Sie damit in nur 10 Sekunden auf maximale Höhe ohne Last. Zur Ausstattung gehören neben einer Bereifung aus Nylon ein Schlüsselschalter, eine Batterieladeanzeige und das externe Ladegerät für die 12 Volt 60 Amperestunden Batterie. Durch sein verstärktes Chassis und seine exakte Lenkung können Sie Ihre Lasten mit dem Primus 10e bequem und zeitsparend bis zu einer Gabelzinkenhöhe von 400 mm manuell bewegen. Ab 40 cm Hubhöhe geben die automatischen Seitenstabilisatoren ihren Waren stabilen Halt und bieten maximale Sicherheit. So ermöglicht Ihnen der Primus einen ergonomischen Arbeitsplatz auf der gewählten Arbeitshöhe. Als verfahrbare Hubeinheit zur Unterstützung bei Bestückung oder im Versand bietet der elektrische Scherenhubwagen SHW Primus 10e ein gelungenes Gesamtkonzept.